Hallo! Hallo! Wir haben heute für euch wieder ein neues Video und heute haben wir für euch ein Aufgebraucht-Video, unser zweites Aufgebraucht-Video und ja, wir wünschen euch dabei jetzt viel Spaß! Also meine erste Sache, die ich aufgebraucht habe, ist von Schauma das Silikon-Frei-Shampoo mit diesem blauen Deckel. Das ist also ein Pflegeschampoo und damit war ich auch sehr, sehr zufrieden. Also der Geruch ist auch sehr, sehr gut und das kann ich eigentlich auch nur empfehlen und deswegen habe ich das gesagt, mache ich das einfach in meinem Aufgebraucht-Video. Ich habe einmal drei Abschwingtücher aufgebraucht, zwei von Balea und eine von BB. Also die Balea, die finde ich irgendwie immer noch am besten, also die mit dem blauen und bei dem BB finde ich, irgendwie die brennen bei mir irgendwie ein bisschen und deswegen eher die Balea. Dann habe ich einmal noch von Schauma diese Spülung aufgebraucht und zwar die mit diesem lilanen Deckel. Es gibt ja noch eine mit dem goldenen Deckel, aber ich habe hier die mit dem lilanen Deckel. Also die habe ich aufgebraucht und die riecht auch sehr, sehr, sehr gut. Das ist irgendwie die super, super Frucht-Glost-Land-Spülung. Und also ich mag die Spülung sehr und ja. Also jetzt habe ich ein Duschbad von Balea aufgebraucht. Das ist das Diamantentraum-Duschbad. Ja, genau. Und das war eine Limited Edition und ich finde, ich liebe diesen Geruch. Der riecht richtig, richtig gut. Ich habe dann auch von Balea das Duschbad aufgebraucht und zwar das Mandarinduschbad. Das hatte ich ja in meiner Duschroutine verwendet. Die verlinken wir euch jetzt einfach mal hier so auf diesen Duschbad. Und ich war mit der auch sehr, sehr zufrieden, weil der Geruch war eigentlich, der Geruch war richtig, richtig lecker. Also so richtig, also nicht so wie man Mandarinderuch so kennt, sondern der war irgendwie lecker mandarinig, wenn man das so sagen kann. Und ja, also das habe ich auch aufgebraucht. Dann habe ich einmal von Adidas ein Duschbad aufgebraucht und da waren so eine Peeling-Körnchen drinne. Und als ich das erste Mal das aufgemacht habe, dachte ich, ich habe irgendwie Sand auf meinem Körper. Und das fand ich irgendwie, also ich mag das eigentlich voll, wenn so Peeling-Körnchen und die dann so aufgehen. Aber bei denen ging das irgendwie nicht so richtig auf. Deswegen so, naja, aber der Geruch war sehr lecker. Ich habe als nächstes wieder was für die Haare. Und zwar habe ich vom Grüner Apfel diese Kur hier aufgebraucht. Ich war davon, also meine Mutter hat die auch mal verwendet und sie hat gesagt, irgendwie die riecht nicht so gut. Also ich fand eigentlich, die hat ganz gut gerochen. Also so ein künstlicher Apfelgeruch war das. Also wenn ihr die selbst mal probiert habt, dann schreibt es einfach mal in die Kommentare, wie ihr die fandet. Und ja, das sind 25 Milliliter und ich würde mir die, glaube ich, nochmal holen. Nur halt nicht mit grüner Apfel, sondern es gibt da ja auch noch andere Sorten. Und ich hatte die, glaube ich, mal irgendwas mit Kokos. Also diese weiße hatte ich mal. Und ja, von der war ich auch sehr zufrieden. Aber jetzt erstmal zu dieser mit grünen Apfel. Die fand ich eigentlich auch so, naja. Dann habe ich wieder ein Duschbad aufgebraucht und es ist wieder von Balea. Das war auch einmal das, wo wir von unserem DM holen, plus Verlosung. Alles haben wir auch verlost, dieses Duschbad, plus in klein. Und Happy Butterfly hat es ja gewonnen. Ja, du kannst ja mal schreiben, wie du das fandest. Also ich fand das eigentlich, es ging so. Also der Geruch ist irgendwie so bewöhnungsdürftig. Aber ja, er hat ganz gut gewonnen. Mein nächstes Produkt ist mal wieder ein Shampoo und zwar das von Cien. Ich glaube, das ist die Eigenmarke von Lidl. Ich bin mir aber nicht mehr so sicher. Ihr könnt es mal in die Kommentare schreiben, falls ihr das wisst. Und mit diesem Produkt war ich auch, also von diesem Produkt war ich auch sehr begeistert. Und der Geruch von diesem Produkt ist auch sehr, sehr lecker. Also hat sehr, sehr gut gerochen. Kann ich euch nur empfehlen. Und ja, also ein Shampoo. Mein nächstes Produkt ist von Garnier, ein Anti-Schuppen-Shampoo. Das ist so ein Zitronengeruch, aber es riecht sich wirklich nach Zitrone, sondern das riecht wirklich richtig, richtig lecker. Und es ist für schnellfetten, denn das Haar. Und das riecht, das ist einfach richtig, richtig gut. Wenn man ins Bad kommt, dann riecht es immer noch danach. Und ich liebe sowas. Deswegen richtig gut. Ich habe auch von Garnier Fruchtis die Spülung in Grün und dieser Geruch. Also da ist ja immer noch so ein bisschen was drin. Deswegen kann man ja immer noch riechen. Und es hat auch richtig, richtig gut gerochen. Jetzt zwar nicht so nach Zitrone, sondern eher so nach einem anderen Geruch. Also ich kann ihn irgendwie nicht definieren. Aber trotzdem, das hat richtig, richtig, richtig gut gerochen. Und die Spülung war auch richtig hilfreich. Also war auch richtig gut so für die Haare. Und ja. Mein nächstes Produkt ist wieder ein Shampoo. Das ist von Head & Shoulders. Und das ist das Repair & Care. Also dieses Orange. Nicht dieses für Schnellfettnis oder was. Dieses Blau, dieses ganze Mal. Das ist aber auch für Anti-Schuppen-Shampoo. Und sie findet den Geruch, dass er jetzt nicht so gut riecht. Aber irgendwie riecht er voll gut. Mein nächstes Produkt, wer hätte es gedacht, ist ein Shampoo von Sien. Mal wieder. Nein. Aber diesmal ist es ein normales Shampoo. Und zwar ist das das Volume & Style Shampoo. Es pflegt auch noch die Haare. Und es ist für feines und kraftloses Haar. Und dieser Geruch, also da ist man auch so ein bisschen drin. Och. Der riecht so mega gut. Also der riecht richtig, 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 richtig gut. Und deswegen kann ich euch das auch nur empfehlen. Egal, ob es von Lidl ist. Ja, es riecht trotzdem einfach gut. Also ich achte da jetzt nicht drauf, wo das ist. Hauptsache das hilft auch für die Haare oder so. Also trotzdem finde ich das Shampoo richtig, richtig gut. Und ich empfehle es euch. Mein nächstes Produkt ist wieder ein Shampoo. Und das ist diesmal von Nivea. Dieses Diamond Gloss Shampoo. Das soll angeblich irgendwie die Haare glänzen lassen. Ja, genau. Aber davon habe ich jetzt irgendwie nichts gesehen. Aber der Geruch ist sehr gut. Und man kann es ja immer mal benutzen. Mein nächstes Produkt ist mal wieder eine Spülung. Und zwar von John Frieda. Oder Frieda. Und zwar die Full Repair Spülung. Und die riecht auch richtig gut. So irgendwie finde ich so ein bisschen, so einen ganz, ganz, ganz leichten Hauch. Hat so ein bisschen von Kokos, finde ich. Und ja, also diese Spülung auf jeden Fall. Und die hat so repariert und eine Fülle macht die. Mein nächstes Produkt ist ein Trockenshampoo von Algemarina. Das, was ich eigentlich schon in meinem letzten Aufgebraucht-Video gezeigt habe. Und ich liebe das irgendwie, das ist so, also das hilft auch voll irgendwie. Ja, ich mag das voll. Und es macht keine Rückstände als auf dem Haar. Ja, also wenn ihr es nicht gut verreibt, dann habt ihr zwar einen weißen Kopf, aber, also so weiß. Aber wie ich weiß, das gibt es nur bei Rossmann, nicht bei dm. Mein nächstes Produkt ist wieder eine Spülung. Und zwar die gleiche von Schau mal, nur diesmal mit dem goldenen Deckel. Und die riecht so gut. Und, also die riecht richtig, 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 richtig gut. Und das ist die Kreatin-Kraftaufbauspülung. Und, oh, also wenn es davon irgendwie ein Shampoo gibt, was genau Haar genauso riecht, dann kaufe ich mir das auf jeden Fall, weil, oh, das riecht so richtig, richtig gut. Und deswegen kann ich euch das auch nur empfehlen, weil es so gut riecht. Als nächstes habe ich einen Deo-Aufbau von Duschdass. Dieses Compress-Deo, was jetzt ja kleiner gemacht wurde, aber genauso viel Inhalt haben soll. Ähm, ja und der Geruch ist irgendwie... Grapefruit? Ja, oder orange. Ah ja, fröcher Grapefruit-Geruch-Duft. Und ja, der riecht auch sehr gut. Mein nächstes Produkt ist von Balea, dieses Gesichtswasser. Äh, pflegendes Gesichtswasser mit Hamalis und Honigmelon-Extrakt. Und es ist für trockene und sensible Haut. Und, ähm, ich habe das eigentlich immer nicht so verwendet, weil, ähm, irgendwie hat es bei mir nicht so viel geholfen, aber ich habe mir das dann irgendwann, habe ich das halt mal aufgebraucht, weil es dann, dass es dann nicht die ganze Zeit so rumsteht. Und, ähm, ja, also dieses Gesichtswasser. Und dann habe ich einmal zwei Zahnpassers aufgebraucht. Einmal eine kleine und einmal eine große. Also die so in Reisegröße, ne? Ja, genau. Oder für irgendwo hinfahren. Also, ja, Reisegröße. Und ja, die sind... Halt richtig gut. Mein nächstes Produkt ist wieder eine Spülung. Also wie ihr merkt, verwende ich sehr, sehr viel Spülung für meine Haare. Ähm, aber egal. Also das ist jetzt die, die ihr auch bei mir im Duschvideo gesehen habt. Und zwar die, ähm, von Edeka, die Provitamin B5H Color mit Sofortglanzkomplex und UV-Filter. Ähm, also die, von der war ich eigentlich auch sehr zufrieden. Obwohl die von Edeka ist, war die eigentlich richtig, trotzdem richtig, richtig gut. Und, ähm, deswegen habe ich die auch in meinen aufgebraucht. Als nächstes habe ich von Evelin einmal Wartepads und einmal, äh, Wartestäbchen aufgebraucht. Einmal, wo 160 drin sind und einmal, wo 70 Wartepads drin sind. Und ja, was soll man dazu sagen? Jetzt habe ich als nächstes drei Sachen, die halt alles drei für Augen zu passen. Also zu Augen passen. Deswegen habe ich die gedacht, mache ich die einfach. Und zwar ist es einmal von Kiko, der Natural Concealer in der Farbe 02. Ähm, der war sehr, sehr gut. Aber was ich irgendwie an dem so ein bisschen blöd fand, also der hatte so ein bisschen orange-stichig. Das fand ich jetzt nicht schlimm, aber man hat den zum Beispiel, ich habe den jetzt so drauf gemacht. Also unten und oben mache ich das immer und halt auf Mid-S oder so, wo man Unreinheiten hat, mache ich das jetzt immer rauf und verblende das entweder mit meinem Blutie-Beauty-Blender oder mit meinem Foundation-Pinsel. Und deswegen, wenn man dann zum Beispiel zu lange damit gewartet hat, ähm, ist es halt schon so eingetrocknet, dann hatte man da so Flecken drauf. Also das fand ich nicht so gut, aber trotzdem war ich von dem wirklich sehr, sehr zufrieden. Mein zweites ist von Essence eine, ein Eyeshadow-Topcoat. Das ist so ein, ähm, also das ist die Farbe 02 All Eyes on You. Also das ist so ein Glitzer, also das macht man sich einfach auf das Auge und dann glitzert. Das ist so wie so ein bisschen, wie nennt man das, eine Eyeshadow-Base, nur halt, dass es glitzert. Und das habe ich nicht so oft verwendet, aber trotzdem ist das irgendwie alle gegangen. Und, ähm, ja, also, und das letzte von den Augen ist von Yves Rocher so eine glitzernde Wimperntusche. Ähm, ähm, einfach, falls man irgendwie, keine Ahnung, zu Fasching oder sowas, einfach, falls man irgendwie ein bisschen Glitzer auf den Wimpern haben will, habe ich mir die einfach aufgemacht und die habe ich dann auch aufgebraucht. Und, ähm, die war halt wirklich sehr, sehr glitzerig. Also man hat, wenn jemand, also das glitzert, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt erkennt könnt, also ich habe da jetzt ein bisschen was rausgemacht und dann erkennt man das so. Und, ähm, ja, von dem war ich eigentlich auch sehr, sehr zufrieden, also wenn man das für Fasching oder sowas nimmt. Und, ähm, ja, das waren meine drei Sachen für die Augen. Als nächstes habe ich von Balea eine Creme aufgebraucht, eine 24-Wohlfühl-Creme, die ich eigentlich immer bei der, also wenn ich schlafen gegangen bin, draufgemacht habe und die riecht. Riecht. Also ich habe die eine lange Zeit irgendwie gar nicht benutzt und dann irgendwie doch wieder benutzt. Und ja, jetzt ist die alle gegangen und die gibt es leider nicht mehr. Mein nächstes Produkt ist ein Lipgloss. Also das ist nicht von irgendeiner Marke oder so ein Lipgloss, sondern von der Zeitung, weil die habe ich mal von meinem Papa bekommen. Und, ähm, deswegen, ähm, aber der war eigentlich voll schön, der Lipgloss. Also, ja, das sieht zwar jetzt noch so aus, als wäre hier noch was drin, aber ist leider nicht mehr so. Also das trocknet sehr, also der ist so ein bisschen sehr ausgetrocknet. Und, ähm, das wäre ein Cherry Lipgloss gewesen, also mit Kirschgeschmack. Und, ähm, ja, das war jetzt eigentlich das zu dem Lipgloss. Also jetzt habe ich einen Concealer aufgebaut von P2, der soll irgendwie viel Concealer heißen, in der Farbe, in der Nummer 010. Und den hat sie eigentlich immer. Also zu Hause hat sie davon eh noch, äh, keine Ahnung, noch eine. Ja, zwei. Oder zwei. Und, ähm, ja. Der ist sehr gut. Und bei mir ist das letzte Produkt, also was für die Nägel. Und zwar einmal ein Nagellack, den, ähm, der nicht mehr auf die Nägel aufzutragen ist. Also der zwar geklebt ist, also so, ähm, der zieht so Fäden, aber der ist halt trotzdem alle. Und, ähm, das ist von Essence, die Color and Go. Das ist noch von, äh, früher. Das sind noch die früheren Verpackungen. Und zwar ist das die 53 You Belong to Me. Also ich weiß nicht mehr, ob es den gibt, aber der war richtig schön, der Nagellack. Und da war ich wirklich voll traurig, dass es den nicht mehr gibt. Und, ähm, das war halt so ein richtig schönes Blau. Und ja, das ist einmal für die Nägel. Und das allerletzte Produkt, ähm, ist von Basic, der Nagellack, ein Nagellack-Konturstift. Und da waren halt hier hinten so eine, so eine drei Austauschköpfe. Und vorne war dann halt auch nochmal eins drin. Also da waren dann vier so eine Köpfe drin. Und, also, wenn man das so nennen kann. Und, ähm, die waren auch sehr, 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 sehr gut. Also wenn es irgendwo Basic, ich glaube beim Schlecker gab es nur Basic. Aber wenn es irgendwo nochmal Basic gibt und es den nochmal gibt, dann würde ich mir den, glaube ich, nochmal holen. Und, ähm, ja, das waren die letzten Sachen von unserem Aufgebraucht-Video. Ähm, wir hoffen, dieses Aufgebraucht-Video hat euch gefallen. Wir verlinken euch hier oben mal unser letztes Aufgebraucht-Video. Dann hier unten unser letztes Video. Hier bei ihr steht dann unser Instagram-Name. Und, ja, wir freuen uns auf ihren Follower bei Instagram. Einer hat uns gefragt, ob wir sie mal grüßen. Und zwar unter dem Namen Mia, glaube ich. Und deswegen grüßen wir dich jetzt hiermit. Hallo Mia! Hallo! Und, ähm, ja, das war jetzt so unser Video. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und deswegen sagen wir Tschüss! 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 Untertitelung des ZDF, 2020